Hallo, liebe Deutsche Werbefilmpreis. Ich konnte mir nicht vorstellen, dass ich mit meinem Diplomfilm hier nominiert werde und sogar was gewinnen werde. Vielen, vielen Dank. Das ist mir sehr, sehr viel Bedeutung. Hey, meine Frau, keine Aufnahmen hier. Ich hoffe, ihr habt eine sehr schöne Zeit hier in Hamburg. Wir sehen uns alle in der Mänze. Danke.